Hallo, mit Back auf Hose heisst euch Drago-Baser, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, schöne Aussicht zwar, aber von hinten sieht es auch cool aus. Und mein Panther ist auch sehr, ja, komisch, also Dinge, aufmerksam, ja, genau, aufmerksam, das soll ich sagen. Und dieser Baum sieht auch cool aus, wirklich, da freut man sich ja morgen aufzustehen und kurz ein bisschen Regnum zu let's playen, wieso nicht. So, mit unseren verpackten Hosen werden wir jetzt nun elf Mumien tönen, okay. Grabe ich, das sind hier, ne, die sind falsch. Da ist ne Mumie. Ah, sorry, ich hab noch irgendwas im Hals. Ist ein Schleim. Bäh, ich hasse es, hasse es mal zu haben. So. Oh. Mumie mag mich nicht. Sudere. Eine Mumie. Schöne Augen, eins von drei. Aha. Schöne Augen von Mumien. Ähm, ich sag mal nichts. So. Nächster. Ich hoffe, dass der Jäger gut genug wird, um, ähm, Hexer zu töten. Ich hoffe es, aber versprechen kann ich es nicht, weil ich möchte die, ähm, ähm, Hexer rauspicken, weil die stunnen die ganze Zeit immer und immer wieder, immer, 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 immer wieder, immer wieder. Deshalb möchte ich die, ähm, ja. Deshalb möchte ich die gerne rauspicken bei den Fortschlachten, so. Ähm, ja, die Reichweite ist jetzt nicht so groß wie beim Schützen, weil die haben noch so einen Buff, wo man die Reichweite erhöhen kann. Aber ich denke, irgendwie geht dann das schon. Wenn wir jetzt mal gering haben, habe ich schon, oder? Ist der da? Ich weiß, äh, vielleicht im Invent im Ding, ja. Okay, einen kann ich verkaufen. Ohne Problem. So, jetzt muss ich weitersuchen. Da ist noch eine. Bisschen slowen. Da unten ist auch noch eine. Sehr gut. Hm. Also, mit dem Jäger werde ich nur levelen. Da werde ich nichts farmen. Ich habe genug Sachen. Und wenn ich jetzt wirklich etwas brauche, dann bekomme ich es durch Quests. Okay, nein, nicht nur Waffen. Ja, stimmt. Muss ich dann mal gucken. Also, vielleicht ab Level 30 habe ich dann bessere items, weil ich ja mit dem Besschir ein bisschen dort farme. Und... War es nur so kurz gestand? Wir müssen eben gucken, dass wir nicht zu viel Schaden bekommen noch. Mal ein bisschen kurz ausruhen. Ähm, ja. Ja, also eben die Pets müssen unbedingt stärker werden. Die halten, also die halten die Gegner nicht an sich. Die, ähm, haben keine Aggro, nix. Und es wäre einfach gut, wenn ich hochkomme, so schnell wie möglich. Dass ich dann einfach... Hoffentlich dann Aggrozieher oder einfach genug stark bin dann. Weil so macht es keinen Spass, wenn wir noch nichts aushalten bei blauen Gegnern. Hm. In Irgendis ist was los. Ja, Depp. Rumfuchteln und rumtesten. Ja, es ist ein bisschen ab 18. Im Chat momentan. Was ist ein Kack-Mix? Hm. So. Ah, jetzt können wir eigentlich schon, warte mal. Müssen wir halt nachher nochmals ausruhen, aber... Ich will mal vorwärts kommen, hey. Also wer Selfound Regnum durchspielt von 0 an, der hat meinen grossen Respekt. So. Ja, hau mich mal ein bisschen. Genau. 7 von 11, sehr gut. Ach komm. Bissen wenig Reichweite da oben. Steht das? 25. Greif da nicht mal an. Heil. So. Wo sind noch Mumien? Zwei Mumien für mich. Da oben. Greif ihn mal an. Greif ihn doch an. Ach, bist du blöd. Jawohl. Äh, Ding. Panthe. Genau. Ja, jetzt regnet sich wieder. Ach, egal. Komm zurück. Ja, musst du schon zurückkommen. Wenn ich die Folgen nehme. Ach, Gott. Aha. Mumien will wieder angreifen. Ah, je. So. Wieder hinsetzen. Und wieder ein bisschen regnieren. Ein bisschen nettes Reden. Ähm. Ja, ich weiss jetzt nicht, ob ich jetzt wirklich sofort, ähm, die Charakter Slots nehme und dann Schützen hochmache. Aber ich finde irgendwie, ja, Schützen noch sein muss es nicht sein. Und nicht unbedingt. Der andere wäre dann der Hexer, aber der ist eigentlich nur zum Stunnen und zum Leben Absaugen und, ähm, er ist auch nicht was zu gut zu haben. Naja. Also ich mochte ihn eigentlich damals dann im High Level nie. Also so High Level ab Level 30 mochte ich ihn nie. Weil er einfach so, naja, halt mit Unterbrüchen, mit dem Stunz arbeitet. Oder arbeiten muss. Damit er einfach nicht zu viel Schaden bekommt. Ich weiss jetzt nicht mehr ganz genau, wie ich es da gemacht habe. Also wie es, ähm, ich glaube ich habe relativ spät erst wieder mit Stun angefangen. Ich glaube ich habe Level 5 und, ja. Oder ist das der, der ich auf 45 gecheatet habe dann? Der war, glaube ich, 31. Genau. Und dann habe ich ihn auf 45, ja, gecheatet mit dem Itemshop. Cheaten ist ja das nicht. Aber, ja, wie weiss es. Es ist eigentlich schon cheap. Also, es ist etwas, was eigentlich nicht in den Itemshop gehört. Aber nein, die, ähm, Entwickler. Ah, ich will nicht nehmen, alte Mumie. Dann, bleib dort. Genau, bleib doch ein bisschen dort. Da. Weg damit. Nächste Mumie. Ich weiss nicht, was der Pantheid für ein Level hat, aber ich will mir vielleicht bald mal, ähm, einen neuen holen. Aber ich weiss nicht, welche. Eine Hörne hat es da gelbe gehabt. Vielleicht die Hörne dann nehmen. So. Aber dafür muss ich, muss ich zuerst blau werden. Also auch noch richtig. So. Also. Die Quests abgeben. Ähm, gucken. Aha, Minimap will ich wieder nicht laden. Ah, verstehe. So, jetzt. Ja, sind eigentlich alle auf dem Weg. So. Keine Quests mehr hier. Äh. So. Ist das so leise jetzt? Ach, keine Ahnung. So. Vielleicht noch ein bisschen höher stellen. Weil ich hab sie fürs Leveln ein bisschen runtergesetzt. Die ganze Zeit den gleichen Sound will ich nicht hören. Ähm, trainieren und jetzt bei Haustier. Was ist das? Gesundheit. Nein, mach ich doch nicht so viel. Wenn die sowieso nie angegriffen werden. Kontrollierer Monster werden uns nächstes. Sehr gut. Habt's kein Schaden? Ich dachte, es gibt einen Schaden. Ja, flink und stark, aber nicht Schaden. Ah, das. Spaß. Okay. Also, mit Levels 20 und 24 haben wir dann die. Und jetzt, was müssen wir nochmals draufdrücken? Nein, wir müssen es abgeben. Gut. So, das hätten wir. Aha. Wieder rein. So, es ist wirklich leise. Irgendwie ist das kaputt. Hm. Gab's wieder einen neuen Patch, der alles kaputt macht? Ah, nicht da rein. Da. Genau, da durch muss. So, wir schauen noch kurz in den Handelsbildschirm. Bergarena, okay. So, Accountlager. Hier hätten wir also die Pigantenhose, die lasse ich mal noch drin. 41. Ja, ich muss alles noch drin lassen. Und dann gehen wir eigentlich zu Bergarena. Wüstentür wäre noch eins und Vulkanische Zone wäre das andere. Dann gehen wir zu Bergarena und gehen dann dort runter. Auch wenn ich es nicht gerne mag, dort runter zu gehen. Ja, müssen wir eigentlich schon. Ah, Igniskräfte, die sind cool. Ja, da möchte ich gerne bald wieder dabei sein, aber nicht mit dem Baba, sondern ja, mal schauen, wer schneller ist, der Jäger oder der Baba. Der Jäger oder der Beshi. Weil der Beshi hat natürlich einen grossen Vorsprung, aber der levelt viel langsamer, weil ich eben bei den sehr leichten Items suche. Das, was? Das ist eindeutig langweil. Okay. Was haben wir denn hier? Mit Remia und wo ist Remia? Hier oben. Gut. Das ist nix. Okay. Ja, die Arena ist momentan hart in der Kritik. Die Spieler wollen endlich etwas anders als nur 1 gegen 1. Die wollen 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 und außerdem ist es irgendwie schlecht gemacht oder schlecht designt. Vor allem lange geht's oder so. und ja, hätte ich auch gerne, aber die Entwickler bauen lieber Bugs ein und Balancing-Probleme. Das ist auch wichtig für die Entwickler. Also was der letzte Patch so für neue Bugs brachte, die ich noch nie gesehen habe und so und die haben meine Hosen kaputt gemacht. Die haben mein ganzes Bein kaputt gemacht. Das waren die. Jetzt ist der Bug weg. Okay, wenn ich es wieder hin tue, dann ist der Bug weg. Haha. So, also, alter Zombie. Ja, danke, aber ich muss in diese Richtung. Genau. So, jetzt haben wir gleich ein gleich ein Level. Okay, dann gehen wir unten, also hier durch, aber zuerst nach Harddruck, um mal ein bisschen zu leveln, ein bisschen statten und dann gehen wir nach oben. Nein, nach unten hier. So, ähm, ja genau, schiesse mal ein bisschen schräg. So, zwei von acht und ein Level up. Duellistenpfeil. Duellistenpfeil, ich habe einen besseren. Ja. Okay. Und jetzt sind sie auch hell, äh, also dunkelgrün, also ja, normalgrün. Einfach. So. Gut, da haben wir ein paar von diesen Leechs. Da hat er Anführer. Ja, den haben wir. Aus dem Busch. Geh nicht. Bang! Ah, das war ich den dir. Hahaha. Wie der gross ist. Sonst sind sie doch immer noch ein ganz kleines bisschen geniessen. Aber der ist fast doppelt so gross. Der macht nur 40 Schaden, der Panther. Bisschen schwach, oder? So. Nächster. Hau mich nicht so. Ah, jetzt haben wir schon fertig, diese Quest. Ja, genau. Ja, musst du angreifen. Nein, nicht genug Mana, dafür muss ich 10 Sekunden lange stehstehen. Genau. So. Das haben wir. Jetzt müssen wir wieder zurück nach Altruc. Na, denke ich schon. Ah, da oben, nach oben. Ah, wir müssen dämmen das zurückgeben. Ja, gut. So. Hm. Ah, schön, die Mauer. Ist nur halb zu sehen und ist nur noch ein Viertelfeld, der nicht zu sehen ist. Ja, der will nicht mehr aufbauen. Wir müssen jetzt zuerst da hier nach hier oben und eben ein bisschen oder wir könnten dort unten gehen. Wenn die Quest jetzt hier fertig ist, könnten wir kurz nach Hallerhead gehen, um zu skinnen und dann können wir da drunter. Ja, okay, ist eigentlich auch ein bisschen Umweg. Nein, es ist nicht fertig. Also gehen wir nach was? Da, okay. So. wir gehen jetzt nach Hallerhead ein bisschen näher. Müssen halt dann den langen Weg nach unten nehmen. Aber ja. So. Was beschlangene Lederhosen? Das will ich aber nicht. 17. 76. Ja, ist besser. So. Dann haben wir noch einen 17er Bogen irgendwo. Oder nicht. Nur 15er. 14er und 16er. Hm. 18 ist der nächste Bogen. Ausgut. So. Ja, wir müssen zum Jäger trennen. Der ist irgendwo hier. Irgendwo hier ist er. Aber häuslich nicht. Dann dann ist er auch hier drin. Ja. So. Quests. Danu trennen. Okay. Ähm. Was nehmen wir? Hier könnten wir trainigen. Wir haben nur einen. So haben wir nur einen. Machen wir das raus. Hier. Danu. Was ist? Ist jetzt Tarnung das unsichtbar machen oder was anderes? das? Ähm. Wie lange muss ich? Wie lange kann ich Tarnung? 30 Sekunden nur. Wenn man hoch geht. Ja, das ist nur eins. Ähm. Hier Meditation. Konzentration brauche ich nicht. Ähm. Hier. Katzenreflex eigentlich auch gerade nicht. Deshalb. Hier raus. Und hier rein. Und Training. Dann haben wir ein bisschen mehr. Ja. Haben wir ein bisschen mehr HP für mein Pet. Was man überhaupt nicht braucht. Weil das Pet nicht angegriffen wird. Natürlich. und gehen an. Äh. Können wir es weitermachen? So. Ähm. Und jetzt müssen wir Allerhead teilen. Das Allerhead ist hier vorne. Ja. Dann machen wir das noch kurz. So. Was müssen wir hier machen? Steingoleme. Das ist relativ schnell gemacht. Ach komm. Einen. Da oben ist noch einer. Ah. Ein Lederbrustpanzer. 16. Also wie viel hat das? 6 und 68. Ja. Widerstand stumpfe Schaden ist natürlich besser. So. Und ich weiss jetzt nicht, was das Gegner ohne Waffen auch stumpfe Schaden machen. Wahrscheinlich die Dinger einfach nicht. Die Katzen. Weil die ja Krallen haben uns andere Monster mit Waffen und was. Die Hähnen weiss ich jetzt gar nicht. Hm. Aua. Nein, nicht anführen. Nicht anführen, nicht angreifen. so. Da haben wir noch eine. Und dann haben wir alle. Sehr schön. Hm. Okay, wahrscheinlich müssen wir die andere Quests dann im nächsten Part machen. Aber, ähm, ja, dann gibt's gleich am Anfang wieder ein bisschen etwas. Dann kann ich das gerade schneiden, genau. Aber ich denke, ähm, die Quest ist jetzt hier fertig und wir können das noch machen. Hm. So. Gut. Dann abgeben. Da unten abgeben. Hä? Aha, ich muss jetzt weiter, okay. Dann machen wir das jetzt noch. Das ist eine Folgequest, deshalb. Ich hoffe, das ist die Quest, wo man das gute Ausrüstungsteil bekommt. Glaub ich eine Rüstung? Nein. Nicht angreifen. Ah, man überall anführe. ich klicke die immer an und greife sie dann an. Muss ich fliehen dann? Verstärkter Kleiderhelm. Ah, ah. Ähm. Was ist das hier? Geschicklichkeit. Deshalb habe ich es nicht genommen. 76. Ja. Deshalb habe ich es nicht genommen. Gut. Sollte man mischen. Ein bisschen vergleichen. Der Vulkan ist auch von hier zu sehen, dort hinten. Also wenn jetzt das Schanarit-Kessel ein Vulkan ist, das ein Vulkan ist, beziehungsweise das, was da runter kommt. Bei alles gibt es gibt es extrem viele Vulkaner an dieser ... bist du ein blöder Panther. Nur weil ich dich angeklickt habe, greift der Gegner dich jetzt an. So, weg damit. damit. Also, das ist dann für, dann greifen wir den an und friesen mal. Ha! Wenn ich doch friese, dann muss man das sofort. Und wo ist der ... Ah, dahinten ist jetzt der Panther. Hm. Mal gucken. Ja. Zeit haben wir auch noch genug. Ein Kampfgewand haben wir. Widerstand, physische Schaden, das ist schon ein bisschen besser, aber soll ich den aufbewahren? Ich mache doch einen Hexen in nächster Zeit nicht. Nein, nicht, oder? Vier Kilo. Das ist viel für ein Gewand. Wer will schon ein vier Kilo Gewand tragen? Oh Gott. Das ist vier Kilo Gewand. Boah. Wahrscheinlich so ein Trainingsanzug für die ähm ... wie heissen die äh Wasserteile da amerikanischen Seel glaube ich. Nein, danke. Das nehmen wir nicht an, das ist zu schwer. Wir sind doch alle Pussys aus diesem Rettungsdienst vom Militär. Abenteuer. Cool. Und jetzt müssen wir auch zur vulkanischen Zone. Passt perfekt. So, die Part ist leider schon wieder vorüber, aber nächster Part kommt bald. Dankeschön für Schauen. Bis den Äh.